Willi... So... Ok... Gut... Vielleicht hätte ich doch mal eben Partner-Dingspunkte angucken sollen, oder? War das nicht eben hier? Wieder ein Buch... Das ist es nicht... Okay... Alles klar... Ich spiele immer gerne mit Willi... Ich weiß nicht warum aber alles so... Ich glaube, hier können wir noch nicht rein... Ja, stimmt ja... Wir müssen ja jetzt aufs Dach klettern... Stimmt ja... Oh man... Und die Passaziere geben heute auch keine Ruhe... Meh... Immer diese aufdringlichen Passaziere heutzutage... Schon wieder... Schon wieder... Gut... Jetzt können wir ungestört nach oben klettern... Achja... Geht ja gar nicht... Hier geht es ja gar nicht lange... Ja... Stimmt ja... Da kommt man ja erst vorbei... Wenn die... ganzen Dinger ja... weg sind... Oh man man man... Ich muss erst mal richtig wieder rein kommen... War ja das gleiche auch wie... Bei Teil 1 dann... Letztes Jahr... Hier geht es ja auch nicht weiter... Aber das war doch richtig mit dem Dach... Also ich meine... Der... Übers Dach... Diese... Kann man doch da... In den einen Waggon rein... Und das ist man getrennt von einem der beiden... Ah... Ja... Jetzt... Jetzt... Äh... Ja... Das war ja in den obersten Stockberg eben... Ich hätte ja da bleiben müssen... Oh Gott... Tja... Ja... 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 Ich hätte gar nicht zurücklaufen müssen... Wäre ich da gleich da oben geblieben... Hätte ich jetzt nicht zurücklaufen müssen... Nein... Nein... Also aufs Dach gehen war schon richtig... Nur nicht eben hier... Wie ich es eben gedacht habe... Oh man man man... Sorry Leute... Für diesen Popa... Das wird schon noch... Hoffe ich zumindest... So... Stimmt ja hier hinten... Moment mal... War hier nicht auf irgendwelche Munition... Wenn ich mich recht erinnere... Ne... War hier nicht... Oder es war nur auf einfach... Ich weiß es nicht... Naja... E... Egal... Und auf aufs Dach... Aber sowas sollte man niemals im rechten Leben machen... Das ist viel zu gefährlich... Dass sie sich überhaupt erhalten können... Ja... In dem Tempo... Naja... Und es werde Licht... Und es wurde Licht... Und es wurde Licht... Und Billy fährt runter ins Loch... Munition... Gut... Sonst war hier nichts... Sonst war hier nichts... So... Den Schlüssel packen wir mal hier rein... Für Rebecca... Ja... Und nach unten... Jetzt müssen wir wieder mehr... Frau Rebecca wieder zurück... Jetzt müssen wir wieder mehr... Frau Rebecca wieder zurück... Egal... Egal... So... Jetzt können wir ja nach unten durch die Tür... Jetzt wo der Strom eingeschaltet ist... Und den Schlüssel holen... Jup... Schlüssel mit... Sehr gut... Abgeschlossen... Jetzt können wir nach hinten gehen... Und... Die Tür aufschließen... Jetzt... Jetzt sitzen wir im Zug nach nirgendwo... So... Sehr schön... Alles ruhig hier in den Abteilen... So soll es sein... Keine... Ruhestörenden Gäste... Die wir dann zur Strafe erschießen müssen... Ja... Weg damit... Oh... Eine Karte... Super... Können wir gut gebrauchen... Und die Rote nehmen wir auch gleich mit... Und kombinieren sie... So... Haben wir noch was interessantes hier... Nein... Hier ist im Schrank... Hier... Eine Aktentasche... Was befindet sich in der Aktentasche... Gucken... Schrank... Und die... Die... Und die... Die... Und... Eine Anarche... Die... Die... Da brauchen wir ja diese Sache dann noch für, um das aufzuschließen. Und hoch mit uns. Mmh, nöbba. Tagesmenü, gebratene Hühnchen mit Schrimp und Cappuccino. Gebratenes Hühnchen, okay, Schrimp. Naja. Ja, ja. Party, Party, Party. So, das hört sich nicht gut an. Mir schwand was üblich. So, wie gut. So, wer ist ein Ice Pick? Du, Reispick. Überall diese Glippe. Warum tropft mich dieser Glippe? Ich kann keine Objekte mehr tragen. WTF? WTF? Oh stimmt, wir sind voll. Das ist das einzige Blöde, was ich an Zero finde. Es gibt diese Kiste nicht mehr, wo man sein ganzes überflüssiges Inventar deponieren kann. Jetzt muss ja alles hier herum liegen und dann will man wieder hinlaufen. Das ist schon echt nervig. Wenn man oben überlegt was wegpackt und dann doch noch ein bisschen was braucht, dann musst du den ganzen Weg wieder laufen. Aber so ist Zero normal. Da führt kein Weg vorbei, wenn man das spielen möchte. Und das möchte ich ja, wie man sieht. Oh. Nein. Kacke. Jetzt merke ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe immer sonst Rebecca da oben drin gelassen und mit Billy die Sachen eingesammelt. Tja, das war ein Fehler meinerseits wieder. Ja. Tja. Diese legen wir erstmal ab. Dieses schnuckige Wehr. Komm schon. Drück nicht immer die falsche Taste. Dann nochmal. Zwei Blöcke. Verdammt. Naja gut. Irgendwie erstmal die Sachen mal eben ab. Wir können ja gleich nochmal wieder kurz zurückkommen. Jetzt können wir die Flinte nehmen. Und die Munition dazu. 9 Schuss insgesamt. Für die Flinte und so. Dann. Den ersten Hilfespray. Kann man nicht nehmen. Weil wir voll sind. die Trammba. Shit. Okay. Billy hätte der da, hätte ich das Messer hier wegpacken können. Das hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Wenn ich mich noch dran erinnern würde, wie ich das damals noch gemacht habe. Ich möchte das High Spray gerne mitnehmen. Obwohl. Ja gut. Ich habe nicht gespeichert. Reichen einen neuen Schuss für das Vieh. Ich weiß es nicht. Obwohl. Ja. Der erste ist ja nie so wirklich der harte. Wenn man weiß, wo man hin schießen muss. Ach. No rest no fun. Dann muss ich eben nochmal von vorne anfangen. Das ist natürlich. Scheiße wäre für das nicht. Drück mal die richtige Taste. Verdammt nochmal. Das reicht es aber mit der falschen Taste drücken. So. Die schon mal auswählen. Okay. Los geht's. Drück mir die Daumen, dass es nicht in die Hose geht. Ja. Eine Schreckliches. Hehehe. Ich will nicht. Aber ich komme nicht drum rum. Okay. Augen zu und durch. Arschbacken zusammenkneifen. Ich kann nicht einfach vorbeilaufen. Ja ich weiß. Das Ding ist viel zu groß, um da aufhören noch mal bei zu laufen. Ja ich kann nicht mehr. Oh shit. Das Ding ist viel zu groß. Ja ich kann nicht mehr auswählen. Das Ding ist viel zu groß. Das Ding ist viel zu groß. Ja das Ding ist viel zu groß. Ja ich bin da. Ja ich bin da. Ja ich bin da. Da war ein Schuss, das sieht nicht gut aus. Pistole Nachladen Und dann müssen wir von euch Okay Du miesen Käfer von hier Komm schon, komm schon, komm Das war knapp Gerade so geschafft Schwein gehabt So, jetzt holen wir die anderen Sachen wieder Und dann nichts wie weg hier So, was haben wir jetzt hier Erstmal nachladen Nein, nicht untersuchen Nachladen So So Ah, Mist Nee Ich möchte ungern dieses Halspro jetzt benutze ich meinen Ach, was soll's Ach, was soll's So, Tasche mitnehmen Punkt Punkt Jetzt haben wir alles Na gut, jetzt Das Band Naja, was soll's Gut Gut Dann zurück nach Billy Ich bin der Mann, die Putzfrau ist aber echt schnell Und die hat den ganzen Skorpion weg gewohnt Die Blutflecke ist ein Fleck. Die Säureflecke. Die Putze ist echt super. Die sollte wohl jeder haben. Ich bin da nicht drauf. 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 So gehört sich das. Jawohl. Komm schon. Weiter geht's. Und durchs nächste Abteil. Ja. Ich glaube wir müssen das. Billy geben. Ja. Hoff ich. Ja. Er muss es ja von sich aus da ja. Durchpicken. Lieferung für Billy Corn. So. So. Da. Sehr schön. Mal richtig nötig. So. Dann können wir wieder raus. Boah. Den hab ich ja gar nicht mehr gerechnet. Kommt da so ein brennender Motor. Ach los. Ach los. So. Die hätten wir auch erledigt. Mann 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 Mann. Kann man nicht denen nochmal Befehle erteilen. hier. Hier einfach zu weit weg. Schau. Ja. Weisあっ. Weisd ihr verletzt Maker.